jo leute und damit willkommen zurück zu gamers go make als letztes mal wollte mir eigentlich ein spiel machen nur da war gerade die zeit schon wieder viel zu weit voran deswegen habe ich erst mal wieder als beendet gehabt und gespeichert und ich würde sagen was was warum ich machen wir jetzt fertig warum ich glaub das wert so gemacht was warum ich egal nein nicht den ich wollte die konsole ja eigentlich nehmen oder den pc was sind das eigentlich für marktanteile das ist doch aber casual war für gar kein pc übrigens wenn ihr wissen wollt wann welche projekte kommen in der video beschreibung ist ein link zu meinem upload plan da könnt ihr gucken ob schon was aufgenommen ist davon und was wann welche tage welche hohe zeit kommt so das war's jetzt kann man das projekt wieder wenn und tschüss nein sicherlich nicht im casual ist für gar nichts gut na gut ist ja egal kann man ja trotzdem machen trotzdem kotz dem was weiß ich 3d v1 super ok das passt immer noch schnell kommen wir haben ja irgendwie spiel überschieds rein ne ein casual ein casual 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 ein ganz normales casual casual 4 1 4 3 1 4 1 4 3 1 3 2 3 2 1 2 2 3 1 4 2 1 4 2 1 2 3 1 3 1 wo du gar nicht verg sucking jetzt der perfekte Eins, zwei, drei, eins. Zwei, drei. Eins. Hä? Sag. Vier. Eins. Vier. Drei. Eins. Drei, zwei. Hab ich. Ähm, das Level Design. Vier hab ich. Zwei hab ich. Eins hab ich. Zwei hab ich. Drei hab ich. Eins hab ich. Dann würde ich sagen, hau ich die Punkte noch in das Game-Wide-Wing rein und in in die Game-Engine. Ja, komm. Passt so. Wird schon. Klappt schon. Wird schon. Alle. So. Gewalt. Ne, hier. Komm. Alles rausnehmen. Da bin ich ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Catch-fil. Kannst du ja alles nehmen, ne? Ähm. Was nehmen wir denn da? Ähm. Ähm. Was, warum ich? Geheimbünde. Jo. Alles rausgenommen. Das ist... Sorry. Das ist voll schlecht. Zack. Ne, komm. Zack. 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 Machen wir das so. Story-Budget hochmachen. Auf. 50. 50. 50.000. Wir haben 39 Millionen, also können wir schon scheiße Spiele jetzt machen. Scheiße Spiele jetzt machen, da ist da. Was? Dö, 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 dö. Was? Warum ich? Dö, 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 dö. Du erwartest doch nicht, dass ich den Turm mit meiner Anlage mache, oder? Wenn du mehr als nur Piep und Bling haben willst, dann brauche ich einen besseren Speaker. Oh, hier, kannst du haben. Danke, Chef. Na, Steuern. 8,5 Millionen. Oh, ehrlich jetzt? Wie viel... Ich habe da aber auch ganz schön Kohle bekommen gehabt beim letzten Spiel. Ähm, die zwei Türme, der Crash. Ih, 97%. Und das wird nicht das Spiel des Jahres. Ähm, das hier. Petroleum Business. Oh, ja. Tolles Spiel. Sag ich ja. Bei den 97% ist das auch klar. So, komm, weiter. Ähm. Ja, komm. Vorstellendes Spiel. Bringt immer mehr. Ähm, machen wir ein bisschen Random Clicks. Ähm. Äh, ja. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Ach, hier, das passt doch. Schönen Pink. Schwarz. Äh, 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 äh. Okay, so kann man es lesen. Folgende Message fand heute statt Games Convention. Du hattest, oder Gamers Convention. Du hattest 982 Besucher, was gut ist. Und du hast 196 Fans. Gewinnt keinen. Cool. Ich bin nicht glücklich mit der Grafik. Besseres Sound war ja doch fast bei 4. Ehrlich? Äh, natürlich. Nehmen wir ja auch. Hier kommt. Haut mal alle rein da. Wir haben 1987 jetzt schon. Bye. Zeit vergeht denn in dem Spiel? Ähm. Ne, nix. Dip, 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 dip. 19. Machen wir 29 aus. So. Okay. Was sagt denn die Wertung? Mh. Nio. Lala. Super. Was sagt das? 89 Prozent. So was. Du bist jetzt gar nichts. Machen wir. Ja, ist klar. Ein Patch wieder raushauen. Kommandore Amigo. Äh, ja. Okay. Den können wir dann wahrscheinlich als nächstes nehmen. Weil das ganz gut passt. Spiel des Monats. Gut gemacht. Die Spieler sind zufrieden. Bla bla bla. Ganz kurz Pause. Training. Das. Du. Du. Die AI forschen. Training. Das. Okay. Du hattest nichts mehr. Zu. Game Wild Wing. Komm. Das darfst du machen. Das machen wir mit. Ja. Falsche Richtung. Ich sollte mal darum. Da lang lieber gehen. Du hast nichts mehr. So. Hör dir das an. IMB hat eine 640k RAM-Modelle. Ich brauche das. Kostet. Ja komm. Hier kannst du haben. Bitteschön. Ah. Guck mal. Jetzt kannst du auch wieder was trainieren. Spieleprogrammierer. Ähm. Okay. Du noch was. Trainieren. Spieleprogrammierer. Okay. Können das jetzt alle lernen? Jo. Natürlich. Aufregend. Tö tö tö. Welches Spiel denn? Was? Warum ich? Ja. Alles klar. Klar darfst du es machen. Gameplay. Tutorials. Komm. Das darfst du machen. Er soll ja nicht alles haben. Spiele design. Ähm. Training. Spieleprogrammieren. Okay. Jo. Lernt doch mal schön. Pop. Alles klar. Nochmal gestiegen da drin. Der hat nichts mehr. Sie hat noch was. Training. Spiele design. Okay. 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 Jo. Das hat aber gut gepasst da drin. Was ich da reingeknallt hab. Auch gut. Ihr habt nichts mehr? Nein. Der ist auch gleich fertig. Ne. Er ist noch da. Ja. Er ist fertig. Okay. Nur noch sie ist dabei. Sie ist dann auch gleich fertig. Komm. Mach schneller. Alles klar. Fertig. Addons. Hier kommt. Das darf ich natürlich wieder machen. Muss ja auch wieder ein bisschen was machen. 48 Mille. Mille, Mille. Die alte Pille. Sorry. Ich bin krank. Bin selber krank. Versorge dein Hitspiel mit zusätzlichen Inhalten. Starte. Na. Komm. Olymp Simulator Spiel. Ja komm. Wir haben uns die Lizenz dafür gekauft. Simulation ist das. Was stand da? Simulation Sport Spiel. Simulation Sport. 17%. 17%. 17%. 18%. Was? Der hat wieder 21%. Dann nehmen wir natürlich den hier. Ähm. Olymp 1988. Machen wir. Komm. Ähm. Ja, ja, ja. Ja, ja. Alles klar. Das ist auch so gut. Ja, das Spiel braucht keine Sheets. Wozu braucht man bei Olymp ein Sheets Spiel? Oder Sheets? Ähm. Simulation Sport. Schade, dass man hier keinen Knopf hat. Zum Gleichheit ist das Eck machen. Ähm. Simulation Olymp. Äh. Simulation Sport Spiel meine ich. 4, 3, 4, 3, 4. 4, 3, 4, 3, 4. Hier. 2, 2. 2, 2. Ups. So rum. Ähm. Star. 2. Alles 2 außer 1x1. 2, 2, 2, 2, 2, 1. Passt sogar so gut. Alles klar. Dann machen wir Olymp 1988. Ja, das ist das. Was soll da dran eigentlich Gewalt sein? Gere Sprache machen wir runter. Erotik. Können auch so machen. Alle. Komm, will nichts. Das Spiel hat eine Lizenz zur Postkanisterie aussehen. Achso. Okay. Ja, komm. Wohlkehre Sprache. Das. Erotik. Kein Team. Nein. Machen wir so. Machen wir das so rum. Ein bisschen Gewalt kann ja ruhig drin sein. Ich wette jetzt mit euch schon, dass da welche Gewalt drin haben wollen, also. Ja, komm. Mach doch mal schneller. Einfach zu wenig Leute. Kann man keine... Eigentlich kann man auch Maildesign und so einstellen. Oder man muss das Ding erst erweitern. Das können wir doch dazunehmen. Machen wir das so. Steuern. 2,7. Ähm, was warum ich? 89? 90. Also wir sind auf jeden Fall nicht die Scheiße. Sag ich ja. Sandbox. Sandbox. Toll. Ehrlich? Ich hab... Boah, komm. Ihr könnt mich mal echt... Aber wie gesagt, es ist gut, dass man alle drei auswinken kann. Und nicht nur eins. Ähm, ja. Fans gewinnen. Und das Spiel vorstellen. 249 Fans haben wir dazubekommen. Okay. Äh, mit dem letzten Projekt gut gemacht. Will einen Skill zum Verbessern. Ich würd sagen, die AI auch mal ein bisschen höher machen. Okay. Okay. 20. Komm. 35. Wir geben ja auch genug dafür aus. Ne, komm. 40. Ne, 20 teurer. So. Dü, 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 dü. Na? Was sagt denn die Wertung? Jo. Zehn. Oho. Zehn. Oho. Ohoho. Neun. Ohohoho. Hey. 94% Gegner wiederholen sich zu oft. Willst du mich verarschen? Ach komm, du mich auch. Naja. Borschen. Design. Ui. Dü, dü, dü. Ja, schon wieder jemand krank. Wieso? Warum sind die immer krank, die Affen? Da, wir können auch nichts neues kaufen. Hm. Spiel des Monats. 1988. Dü, dü. Spiele leben und sterben mit ihrem User Interface. Yay. Programmieren kannst du noch was? Okay. Einführung in die Produktion von Spielen. Zip, 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 dü, dü. Aber wir machen ganz gut Kohle gerade. Produktion. Ähm. Produktion. Ne. Wollte schon sagen, das ist was Neues. Aber ist noch nicht. Dü, 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 dü. Können wir hier gerade nirgends mal draufklicken? Doch da. Ähm. Ja. Und vor allem wie viel Dinger es hier gibt es, ne? Da sind wir. Wir haben dann noch jemand daneben. Dü, 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 dü. Hä. 68 Millionen. Neues. Aber ich würde sagen, dann speichere ich hier mal ab. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge für Spiele und so habt, alles in die Kommentare mit dem, ja, mit dem Genre, wie das Spiel heißen soll. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Gamers Game Makers. Ciao, ciao. Ciao.